Hallöchen und herzlich Willkommen! Hier ist der Eurobus und wir spielen... Alter! Der Schwab da hinten, der pöbelt hier, der da. Der pöbelt. Achso, macht nix. Wir spielen auf jeden Fall Black Ops 2 hier mit Scharfschütze und wir fangen auch direkt an hier mit dem da. Den wir dich töten. Oder auch nicht. Oh Mann! Oh Scheiße! Ne, das ist jetzt Scheiße. Das ist Black Ops 2. Obwohl, das ist rechts noch Scheiße. Wo sind denn die Feinde? Da turnt doch einer. Boah! Immer von hinten. Oh Mann, ich bin... Ach, das ist jener Töte. Alter, ohne Spaß. Ich mag diesen... dieses... dieses Wallhack-Dinge in mich hier, ne? Ohne Scheiße. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig Scheiße. Dann krieg ich mal KG da drauf. Boah! Ja, wunderbar. Aua! 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 Haben wir ein Letztball? Ne, ich bin mir nicht, aber... Lass mich in Ruhe! Jaaa! Uah! Nein, kommt keiner von der Seite! Oh nein, warst du nicht gerade Scheiße! Ja, einfach... So... Aua! 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 Von allen Seiten kommen sie wieder hier. Nur von hinten! Stopp! Schwarz Tee! Alter, Schorn! Was ist denn eigentlich eingestellt? Hä? Man, ich spawne, einer wegfällt! Sprühen! Hier! 150% links! Nix da sprühen! Ah! Ja... Ja, ich kann nicht messern! Okay. Das ist auch nicht schlimm. Messern ist eh scheiße. Achso. Okay. Oh, ich gewinne, glaub ich! Nee! Ja, das glaubst du ja. Europa! Jaaa! Das Misspower gewinnt! Nein, Nix! Das war doch doch doch! Scheiße! Ich wollte aus der Schweizer fossen! Was hast du denn hier? Oh nein, ich geh weg! Oh nein, Nix die Waffe! Die Leitung macht's! Oh, Nix die Waffe! Oh, Nix die Waffe! Oh, Nix die Waffe! Oh, ich bin echt tot! Oh, Nix die Waffe! Oh, Nix die Waffe! Oh, Nix die Waffe! Ja, Nix die Waffe! Ja, Nix die Waffe! Oh, Nix die Waffe! Oh, Nix die Waffe! Wie viel Prozess entleben ist denn das? Ja, normal! Standard! Normal! Normal 200%! Kacke! Ich hab noch zwei Hits! Ich hab noch zwei Hits! Weil ich mindestens immer in vier Hits mag das Verteiler. Fuck. So, irgendwo musste eigentlich hier draußen jetzt wer sein. Na, da? Nein, nicht messern! Au! Oh, Europa war es! Jaaa! Oh, Pistole, die sind... Ah! Assassin! Da vorne rennt einer rum! Jaaa! Genau! Krack! 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 Au! Ah! Scheiße! Tja! Euromat! Alter, die Pistole ist so für den Arsch, ne? Ohne Kacke! Ich... Ja, hasse ich auch voll! Ne, ich muss nach... Ah! Nix die Waffe nachladen kann man hier! Ah! So! Wo ist der Nächste? Hallo? Wo ist der Nächste ohne Fahrschein? Nein! Der wird erschossen! Jeder, der keinen Fahrschein hat, wird erschossen! Nein! Ey! Ich war vor, jeder, der in echt keinen Fahrschein hat, wird erschossen! Ah! Fuck! Oh! 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 Das ist mal das richtig Ding! Das ist mal das richtig Ding! Oh! von allen seiten alter dieses ding ist halte dinge so behindert ich hasse das ding ja was und nicht die fiefe server ich glaube ich kann man doch wie schnell nachladen indem man einfach stirbt jetzt kann ich war schon da unterwegs du bist von mir gesponsert aber welche ach stop doch mensch ja mein lieblings waffen oh mein gott nein schlimmste waffen im ganzen spiel die scheiße halb für leute die kann ich nicht haben boah ich renge gegen den warnen dreck wildrunner nein 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 musste echt gucken wo die schüsse herkommen ist echt zufrieden links rechts respawns links schuss rechts wo ist er scheiße nein ich muss nachladen ach schwarzer tee schwarzer tee ole ole schwarzer tee wer nachlädt verliert nein wer nachlädt der stirbt schwarzer tee nicht drop shotten nicht drop shotten komm her oh du hüpfer ne der schwarze tee ist auch so einer der hüpft immer um die ecken das ja er ist kraft er ist kraft er ist kraft nicht gesund wer lasst mich in ruhe headshot scheiße gleich tot doch nicht er hat auch headshot nein europass jaaa ach scheiße dr cracker immer von hinten hier na alter alter ja es ist oh ne hier schalldämpfer ne ok ein glück krass ich treff doch nicht mit dem scheißding ja da musst du auf nahe Stanz gehen 2m boah ja den ist Messer du du ja was ist nie der Zollkomm ich sprühe einfach mal alles na weg ja was ist der für Reichweite hier kannst du auch nicht in Ruhe abhauen hehehe auch immer never nein die muss nachladen Hando tut mir leiden hallo darf man nicht mal in Ruhe vorher nachladen ne ja er kann auch von Messern aber Alter echt tut man ganz moll mensch der nachläsft oh ne oh ne er ist der ja ach oh ne ich habe Angst mehr zerfrastet jetzt geht's ab jetzt hab so zu müssen www aufgott welcher nachladen muss er verloren alter wer sprayt'dern aber robbt jeder sprayt hier glaub ich ja wer sprayt hier nicht drum bisschen bessere freien Ah kacke! Ich bin wieder der Schlüsselbeck, Alter! Wer spricht denn jetzt um Dänke? Nein! Ja genau, Dennis ist wohl schon zwei Meter vor dem... Hahahaha! Alter, Alter! Wie hat die hier rausgehend, oder? Wie flunten die? Boah, ich bin echt tot! Nein, ich bin stramm! Oh, nein! Oh, nicht die Fall! Ist das die Fall? Ja, ist sie! Mit Targetfahren da... Alter, beim Schuss... Alter, wir haben noch Einzelschoß! Laufen wir jetzt hier im Kreis, oder was? Ach so... Kreis, wacke, ja, weißt du? Scheiße! Aber ich hab noch keinen Flasher! War der Spawn schon direkt vor meinem Gesicht einfach nur... Ach, was soll denn das stehen?! Ja, klar kommt er! Also, da geht auch gerade mal meine... Ich bin stehen geblieben! Da ist auch meine FTS runtergegangen, ey! Oh, fuck, ey! War keine Chance! Keine Scheiße! Alter, ich hasse diesen Zielsucher, ne? Der ist so hässlich! Der ist so... Ja! Erkennt man! Und deswegen ist es einer meiner Meinung ist! Oh, mein Gott! Oh, geil! Ich hab wieder Zielsucher! Oh, das schaffe! Diese Zielsucherkacke ist so behindert! Die kann man so ne schöne Waffe so verkacken! Ich spiele extrem viele, sondern... Ich spiele noch eine Verkackung! Nein! Oh! Nein! Hey, kannst du nicht einmal in Ruhe nachladen, ne? Ja! Nein! Kann man eigentlich messern? Ja, kann man! Ja, kann man! Ja, kann man! Ich dachte mal, ich sprühe dich ein bisschen voll, dachte ich! Oh, Europass, ey! Lecker! Ich besprühe dich auch! Wow! Oh, Europass, wir vor dir gesprochen gleich, ne? Aber das Ding geht nicht schon wieder, ey! Nein, stopp! Aaaaah! Die Frage ist an, was kannst du denn? Oh, man kommt ja reinlautscht, ey! Hu! Ja! Ja! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Och! Komm! Ja! Ja, das ist doch traumhaft, ey! Er ist gelaggt, ey! Er ist gelaggt, ey! Er ist gelaggt, ey! Er ist gelaggt! Wo bist du? Scheiße! Alter, wo sind die Feinde? Ey, was eine himmlische Ruhe jetzt hier, ne? Och, Blue, Mann! Niki, dreh dich rum! Au! Wenn man knifet, merkt man richtig die schlechte Connection! Oh! Ja, Alter, Europass, Mann! Ja, ich hab voll in den Reihen gemestet! Ohne Scheiße, jetzt! Wo seid ihr denn? Ja! Ich bin von hinten, ja! Bin daneben! Ja, daneben! Scheiße! Scheiße! Wo sind denn jetzt die Feinde? Blue, du leckst echt! Ja! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, ein Beckel, ey! Nein, Alter! Wo ist die Armenbrust? Wer war meiner? Ah! Kacke! Boah! Leider von hinten! Ach, das Granatwerfer ist da dran! Ah! Gut zu wissen! Was ist das Granatwerfer? Wie benutzt man den? Gar nicht! Gar nicht! Das hab's hier doch nicht! Das ist hier ungetubt! Alter, kacke! Ich werd nur weggenoobt hier! Ich werd nur weggenoobt! Ich werd nur weggenoobt! Warum war's das bei ich, ne? Ich hab dich ganz verliebt, wollte ich damit sagen! Ich hab mir nur ein Küsschen gegeben! Ja! Ja! Und dann, wo kommt man das? Dennis, ich hasse Typen schon wieder! Ja! Ich bin schon gestärbt! Ich sterb, ich sterb schon ab! Nein, die Conny ist so schlecht! Du bist gestärbt! Ja! Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Wie schnell konnte er nachladen! Gut! Wow! Oh! Oh! Ja! Hitmarker vor dem Gesicht! Ist schon klar! Nein! Auf Feuer! Das wär ich! Nein! Ey, das gibt's doch nicht! Ja, auf geht's, Alter! Ihr echt! Scheiß! Boah! Nee, ist nicht wahr, oder? Ey, das ist so abnormal, ne? Boah! Ich komm nicht mal zum Nachglas! Ja! Ja! Boah! Ja! 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 Boah! Hit, 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 hit! So geil, Mann! Ich hasse dieses... Ich lad nie wieder nach, ohne Scheiß! Ich hab irgendwann... Ich komm doch mal auf... Du hast ein Zischlohnemagazin, Mann! Du hast ein Zischlohnemagazin, Mann! Bart, stirbt doch nicht! Genau! In dem Spiel stirbt man nicht! Ne! So, gleich ist der erste eingeholt, meine Freunde! Nein! Ja! Ja! Ich bin der dritte! Ich bin der dritte! Ich bin der dritte! Ja! Und du hast ein Zischlohn! Nein! Ich bin der dritte! Ich bin der dritte! Ich bin der dritte! Ja! Oh nein! Dennis Mann Beleihung Nein Eurobas, komm her! Nein, geh weg! Komm her! Bleib doch hier! Nein! Nein! Steh doch! Hau ab jetzt! Mensch, geh sterben! Eurobas, ich koppel wieder! Ach, scheiße! Ich wollte Eurobas haben! Bänger! Ach! Nein! Oh, KfG! Oh, die war gar nicht so scheiße! Messer mich alle! Oh nein Eurobas! Oh, das war gut! Oh nein! Wer dropshottet dann hier so schul! Ganz ehrlich, wer KfG spielt, kann einfach quickscopen! Ich? Dropshot, sorry! Na, fällst du jetzt um meine Fui hinter mir! Nein! Wie hast du mich wohl nicht gemacht, ey! Ja, wenn du aus der Szene dieses Battle von uns, ne? Oh, KfG! Meine Güte, was ist das? Alter, das gibt's doch nicht! Äh! Ja, ich hab mal gemacht, ich vermute! Häh! 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 Sieg für dich weiter! Fünfter! Naja! 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 Unteres Mittelfeld! Passt! EG! So, da hat die... Ah, ja! Ich hab Lasske gemacht! Yeah! Ist das immer so gay? Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Oh, bin ich ungefallen! Pisten! Ja, das war mal ne kleine Runde Scharfschütze! Warum's geleckt hat, versteh ich auch nicht! Ist aber so! Müssen wir durch! Kann's nicht ändern! Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben! Wenn nicht, trotzdem Daumen nach oben! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dann und tschüss! 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 Bambuschleitung! Yo!